Hey Leute, willkommen zum nächsten Part von Life is Strange. Wir machen jetzt hier, äh, wir spüren jetzt den Wohnwagen von Frank aus. Leiderhaut ist er drinnen. Hier haben wir auch nichts zu machen. Gucken wir mal, gehen wir mal rein, würde ich sagen. Gucken erstmal hier, Vogel. Halt's aber nicht bevor du machst. Guck an all diese Flieger. Es ist so sad, dass niemand... First the snow, then an eclipse. What's next, the tornado? Yep. You don't think it could be like climate change or something? Climate sure is changed around here. Just saw that Prescott brat having a fit by himself in the parking lot. Isn't he always having a fit? He ain't the only one. You knew what was going on with the fish around Arcadia Bay. Sorry, I'm too pissed to talk about it. Stick around, kid. Okay. Gucken wir mal was wir machen können. Eine andere Antwort. So Fische. Okay. Geh mal rein, würde ich sagen. Moment, ich muss mir gerade dein Ohr kratzen. So. Jetzt aber. Geh mal, Bacon. Ich bin bereit für Nosh wieder. Aber ich muss die Gehe von Frank bekommen. Ich wollte nur was passieren, wenn ich das mache. Ich werde dich töten. So. Verteilen wir den Teller. Loll. Gut, dann schwimmen wir mal wieder etwas zurück. Ich spreche mal mit ihm. Ich spreche mal mit ihm. Und dann gehe ich auf sie, bis ich die Info bekomme. Okay. So reden wir mit dem Bütesten. Oh, David Madsen. Ich fühle mich wie David Madsen. Ich fühle mich wie David Madsen. Ich fühle mich bei Blackwell. Nicht lange lange. Er ist ein langer Kanon. Wir alle erhebten ihn für seine Arbeit. Aber er ist zufrieden. Er ist zufrieden. Er ist zufrieden für mich und Chloe. Er ist zufrieden. Das ist wahr. Er randte über eine verletzene Kugel. Und dann habe ich festgestellt, dass jemand immer rauskommt. Ich versuchte jemanden anderes, Lieutenant Caulfield. Okay, cool. So, Kate Marsh. So, komische Stadt. Also Nathan Prescott. Also Nathan Prescott. Also Nathan Prescott. So I made a deal with him that I can't seem to get out of Man, if I could get one instant replay in life I better finish my breakfast first Ok, dann schauen wir mal zurück Dann machen wir mit Prescott Jesus, doesn't this town ever shot up? I don't blame you for getting extra work Look, sometimes I check up on the Prescott family to make sure they're doing alright Nathan included Keep this quiet Max Ok cool Ah Nathan, hello Rachel Whatever the fuck Uh Oh look, Max Amber Nice outfit, looks like ass on you Sure hope you're not following me You're in enough trouble after you got David fired Considering we're in a public diner with a police officer right over there You shouldn't advertise your rage, Prescott Oh yeah? You shouldn't have bitch snitched on me To that fucked up principle So Listen Nathan I'll take back everything I said about you If you hook me up with Frank Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down hard up Deal You'll get your school supplies Just go over Frank and whisper higher education You'll hook your ass up Oh Holy shit What do you want now? I heard your dad hired a local cop To keep an eye out on you and Frank Bowers Like a babysitter Bullshit My dad doesn't hire He owns And these pigs know better than to knock on me Do they? I hope that means Frank won't get busted Eventually he will Guys into some freaky shit You told me once he took a weird blood oath for Rachel Forget I told you that Seriously Now get off my crack whore Keep your pie holes shut Okay We can run back I would say So Holy shit What do you want now? Do what you want Weren't you supposed to keep your mouth shut about the blood oath Frank took for Rachel? Blood oath? Who? What the fuck? I never told anybody about that freaky shit Besides everybody knows Frank is a liar and a loser Even Rachel did Yet Rachel Amber hung out with him more than you So? Rachel wanted Frank's stash She let him take pictures Then he carries around her photo like she posed for love Dumbass Holy shit What do you want now? Rachel and Frank I bet Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies Nice try Rachel partied like a fiend on her own More than me I doubt that Like you would know virgin Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank I mean don't talk to the cop about that dumbass Oh Of course I would say Holy shit What do you want now? Kate Marsh I bet you hoped that Kate Marsh would stay quiet Idiot says what? Did you drug her? You are so stupid Max You think you're so goddamn smart too Don't push me girl You don't want me for an enemy understand Do you? Calm down dude We're in the diner Right Plus you're an adult now I can sue your dumbass for libel Thanks Now fuck off Dyke Left Holy shit What do you want now? How? Your sugar daddy will always protect you And threaten me You don't know shit about my father or me Nobody here does Then tell me what I should know Why? So you can pretend to care? Hmm? Spoiler alert he's an asshole Maybe I can help you I don't need you for anything Except to stay out of my fucking business understand? Now get out of my face Holy shit What do you want now? Ah, we have this one Okay, good Then we go to the police Would I say And talk to him Like Nathan Rachel and Frank That rabid mutt? I heard something about Frank Bowers and his puppy My boy does love his dog Especially when the dog is your personal drooling bodyguard You couldn't bet he trained that poor thing on blood Gross I wouldn't bet Where did he get the pup? Frank used to bet on dog fights To his credit He had a revelation He saved a bunch of the dogs He kept one for himself He's still a creep You and that Chloe stay away, right? No, not directly No, we have nothing more Okay Yeah I would say Let's go with Frankie What the fuck now? What the fuck now? So David such the weapon David Madsen is looking for that gun He might show up on your RV step Oh, I'm trembling I don't need to take his little museum piece Okay Drogen kaufen By the way, Frank I was wondering if you had any Higher education Oh, yeah, sure Do you want the after school special to go with that? Jesus Look, I don't sell anything but bottles to feed me and my dog I work for a living Not like you spoiled black whale punks With too much time on your hands But 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 Nothing Don't ever ask me for anything Ever again Ever Ever Now back off No Get a new outfit And leave me alone Damn, I really pissed him off What did he say about? I need to go back Let's talk with him What the fuck now? So Hm Gattete Hunde You act so scary but You did save all those dogs One, I'm not acting Two, who told you about the dogs? It's actually a great story You're an animal lover Could I pet the doggy? I could go grab him from your RV right now I won't even let you pick up the dog shit Alles klar, Digga Besides You don't want a leash You want these keys right here Look at your eyes dilate You're worse than a junkie, Max But no fix for you Hmm Hmm And take I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole You did not just do that Give me back my keys, bitch Give me my keys now Hmm Hmm Okay He brought Now back to Chloe Stimmt, we know from the next Ha Loil So Are you kidding me? So Give me my keys now What's in your hand? I couldn't have done it without Frank Now let's get in and out You'll need this, Max Lecker On your mark, get set Throw! I don't have a parking lot Ha, ha, ha Get the treat, treat, boy I think we just made that dog our bitch Get it? Now we can snoop in peace But let's not waste time What would have happened? But he might come back So, let's see what would happen if we 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 We If If we If we If we If we If we We If If Ich will mir das kurz angucken. Wo ist der Hund? Scheint wohl tot zu sein. Ja, der liegt da auf dem Boden. Ich werde zurück schwulen, weil ich habe keinen Bock, dass der Hund stirbt. Tut mir leid, das kann ich nicht verantworten. Das kann ich nicht verantworten. Das kann ich nicht verantworten. Definitiv nicht. Obwohl ich in der Wirtschaft spreche ich mir auch immer eben. Also Richtung Straßenwerfen tun wir den Knochen definitiv nicht, weil ich keine Lust, dass der Hund einfach überfahren wird. Ich hasse es, wenn die Tiere sterben oder sowas. Ich habe keinen Bock drauf, nein. Deswegen müssen wir mir noch einen Parkplatz schmeißen, damit der Hund in Ruhe essen kann. Aber nichts passiert. Oh, das ist viel besser. Oh, das ist viel besser. Das ist viel besser. Okay. So, we'd be tearing up the highway. And you'd probably want me to kiss you again. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. I know. Just daydreaming. Frank must have a reason to keep a police radar nearby. Frank? Can't quite picture Frank and Chloe drinking beer and hang... I think the doggy likes his bone more. Was ist das denn hier? Pompidou? For real? That's a Poodles name. Pompidou, alles klar. Cute. Guck uns alles an. There's a knife lying around. Mhm. Chloe isn't scared. She's loving this. Of course Frank gets the munchies. Nice Rick. Glad Frank treats something here with... Frank must spend all his drug money on baggies. So what's going on here? How can somebody live like this? Tja. That's why I'm going to show you this. What's going on here? How can somebody live like this? Tja. That's why I'm going to show you. oder Lötlampe? Was haben wir für ein Buch? Was hat er denn hier drin? Mit dem Messer vielleicht Das ist echt so Ich denke mit dem Messer kann man das öffnen Was haben wir hier unten? Da oben auch das Ding Ich würde sagen mit dem Messer Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Da steht da Franky B. Hoff du liest das morgens als erstes Tut mir leid wegen letzter Nacht Ich war ein fieses Biest und habe es an dir ausgelassen Um Ich habe mich mit dem Messer Ich habe mich mit dem Messer Und wir sehen uns Und wir sehen nicht zurück Liegt etwas an dir Dir uns Also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen XO Rachel Amber Okay Okay Ja, ich würde sagen Ich würde sagen Ja, ich würde sagen 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 Ich bin jemandem. Otherwise, es ist all meine Schuld. Fuck das. Es ist nur Leben. Scheiße passiert. Es ist niemandem's Schuld. Blah, 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 as Mr. Jefferson würde sagen. Und Kate Marsh... Ja, Kate Marsh hat sich verletzt. Sie ist tot. Es ist so schrecklich. Okay? Das macht mir nicht besser über meine verletzte Leben. Entschuldigung? Also, wer du am meisten möchtest? Mein Vater, natürlich. Hallo? Du schreckst William? Wirklich? Ja, ich schrecklich. Er hat mich gewonnen. Er hat mich gewonnen. Chloe... Ihr Vater hat dich nicht gewonnen. Ich weiß das, Max. Meine Mutter schrecklich sich selbst. Nur weil sie nach Hause wollte. Manchmal sogar ich sie schrecklich. Nein, du nicht. Ja, Max, ich schrecklich. Du wißt du, was es ist, für dein Vater zu kommen, wenn du ein Kind bist? Und er niemals schrecklich. Nein, natürlich nicht. Aber ich war mit dir das Tag. Es war einfach ein Schrecklich accident. Ich wünsche mir das, das macht mich besser fühlen. Aber seitdem er stirbt, meine Leben hat sich verletzt in verdammt. Ich weiß. Aber schau dir alles, was die letzte Woche passiert. Ihre Leben hat mich verändert, und das ist nicht verdammt. Ich würde wirklich gerne glauben, das zu glauben. Ich würde gerne glauben, in etwas nach dem, was passiert. Chloe, ich kann das nicht machen. Ich brauche dich mit mir. Ich brauche dich mit mir. Und Rachel braucht dich. Ich glaube, Chloe ist ein bisschen angepisst, oder so. Ich brauche dich mit mir. Ich brauche dich mit mir. Ich brauche dich mit mir. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Ich kann es nicht sehen. Das ARD und die linke Maustaste, rechte Maustaste zum Füllen des idealen Punktes. Können wir jetzt Fotos lesen? Oder? Du kannst den Kleidpunkt zurückpusten und zurück springen. Wir können jetzt zurückspringen in der Zeit, aber richtig. Ich würde sagen wir machen jetzt mal einen Cut Leute. Irgendwie scheiß der Ton gehabt ein bisschen rein. Und wir sehen uns beim nächsten Bad. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.